Die jüngste Tochter von Lothar Matthäus gab ihrem Mann am 4. September 2021 das Ja-Wort. Jetzt, knapp zwei Wochen später, teilt Viola einen ganz besonderen Moment der Hochzeit auf Instagram. Romantischer geht es kaum. Auf einem Schloss in Norditalien gaben sich Viola Matthäus, 33, und Andreas Gangl, 34 vor atemberaubender Kulisse das Ja-Wort. Blumen, Luftballons und Kerzen soweit das Auge reicht, das zeigt zumindest das wunderschöne Foto, das Viola nun auf ihrem Instagram-Account postet. Papa Lothar Matthäus, 60, Durfte an dem wohl emotionalsten Tag im Leben seiner Jüngsten selbstverständlich nicht fehlen? Die Fußball-Legende führte Viola zum Altar. Lothar Matthäus So romantisch war der Hochzeitskuss von Tochter Viola. Das Foto ist zum Dahinschmelzen. In einer verspielten Hochzeitsrobe und mit hochgesteckten Haaren ging Viola den Bund der Ehe ein. Der Schnappschuss, den die 33-Jährige ihren Fans im Netz präsentiert? Hält den wichtigsten Moment der ganzen Feier für die Ewigkeit fest? Den Hochzeitskuss Die Tochter des Kickers gibt ihrem Schatz Andreas vor den Augen der 80 Gäste einen zärtlichen Kuss, legt die Hände an seine Hüfte. Auch Papa Lothar kann im Hintergrund der Aufnahme entdeckt werden. Sein breites Grinsen ist trotz aller Unschärfe nicht zu übersehen. Es scheint, als würde er mit seinem neuen Schwiegersohn zufrieden sein und seiner Tochter zustimmen. Ich könnte keinen besseren Ehemann haben, verriet die Braut erst kürzlich gegenüber Bunte. Genau diesen Eindruck macht auch das Foto. Du bist mein Heute und alle meine Morgen heißt es unter dem Instagram-Beitrag, den Viola mit Hashtags wie glücklich und perfekter Tag versieht. Hochzeitsgäste kommentieren das Foto. Nicht nur Violas Mama Silvia Matthäus, 61, freut sich über den Familienzuwachs. Auch den Hochzeitsgästen gefiel die Zeremonie, wie einige von ihnen auf Instagram zum Ausdruck bringen. Es war eine absolute Traumhochzeit, ihr seid ein wunderschönes und wunderbares Paar. Kommentiert eine Angehörige von Viola euphorisch. Es war so eine mega tolle Hochzeit und tolle Feier mit euch, meint auch ein anderer Gast. Das Bild jedenfalls lässt hoffen, die Hochzeit war genau so, wie das frisch vermählte Paar sie sich gewünscht hat.